Ja hier ist noch was im äh im Lager ne. Haben gesagt. Zwölf Lappen. Geil, steht hier auch wie Pampus. Geil Hunger, nicht wirklich. 1 Grad. Tag 117. So, Sky hat schon wieder Stamina 540. Kann ich eigentlich schon wieder brüten? Ne, noch 22 Stunden. Du sollst Koteletts reinholen. Der Korps. Koteletts. Mit dir noch größere Titeln kriegst du oder was? Ey, ich lebe nicht auf meine Luisa rum. Riecht die überhaupt auf dem Boden rum. Ja, wo soll die denn sonst rumliegen? Um ein Bett. Komm hier. Schleif. Schön mit dem Bett zugedeckt. Guck nur die Füße unterm Bett her. Ja, ja. Ja. Ja, ähm. Unterm Bett. Naja. Ging nicht anders. 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 Ja, ich hab noch Holz. Warte, ich bau doch mal irgendwas rein. Ne? Ja. 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 Natürlich. Sehr schön. Hat er doch gesagt. Hat er gesagt. Hat er gesagt. Ja. 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 Guck mal hin. Danke. hallo wie kommen die darauf dass das schon halloween ist es ist nicht halloween so sieht unser bestand denn hier so aus steine 500 600 blind auf dem weiber fieber haben wir keine weiber im schrank 600 dutch haben wir zwei schränke mit charcol die schweiber zu dir die uhr steht da wo ich will ein kind von dir ist jetzt als charcol schrank blub eh 83 73 ey was auch ähhhhh er nimmt man 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 er hilft nur haare schneiden Boah, Frau Laber, mir doch kein Schnitzel in die Gesicht. Oh Mann, Mann. Wer? Wer? Jenny. Machst du dich Sorgen? Büchling hier? Ja, ja. Du hast bestimmt noch viel Stimme an im Ausland. Ja. So, wie sieht unser Dünger hier aus? Prima jagen. Boah, bisschen Fett. Boah, bisschen Fett. Bisschen Fett. Intent. Ja, Small Crop Plot. 20 Fr. Ich sähe jetzt immer Strobwafels, Wafels, Sonderfett. Ja, dafür 3 Kilo Zucker. Ja, in einer Waffe. Komprimiert. Da steht drauf ohne Fett oder was? Nein. Nein. Also mit Fett. Gute Butter. Oh, pures Fett. Ja, ist wohl auch Fett. Aber kein Emtenfett. Nein. Das war dann leckerste. Lecker Emtenfett. So, 20 Holes. Ich muss erstmal schönes Pferd erlegen. Ja, du bist tot, du bist tot, du bist tot. Oh, 100 Gramm sind nur 37,3 Gramm Zucker. Ja. Boah. Hier mal so spielen, wie man braucht. 19,6 Gramm Fett. Und wie viele hast du jetzt davon gegessen? Alle. Zwei Pakete. Zwei. Ja, ja. Zwei Pakungen. Ja. So. Soll ich da mal hier diesen Plantagen Scheiß da mal hinsetzen? Eine Waffe, 40 Gramm, Deck 10 Tagesbedarf, eines normalen Erwachsene Menschen. Der Vieh kauft sich wahrscheinlich nur die Extra Large Version davon. Die haben eine Größe von einer Familienpizza. Ja. Die sind auch nochmal extra frittiert. Ja. Einmal durch Tunke gezogen und nochmal extra frittiert. Und dann oben drauf noch als Krönung ein Löffel Laat und ein Spritzer Sahne mit einer Wassermelone als Kirsche getarnt. Du musst ja auch gesund leben. Im Wurst sind viele Vitamine. Im Wurst sind Vitamine drin. Leberwurst, ein Teewurst und ein Erdbeerkäse. Oh, die Alte. Die Alte, wa? Unglaub ich. Noch kein Level Up. Was hat denn noch? Was muss ich noch bauen hier? Was muss ich noch bauen hier? Das ist mein ganzes Zeug vom Ballert für 100 Pisse. Noch 2,7. Oder Wasserglas und für äh... Nicht richtig. Was hast du verballert? Für Wasserglas und Schettinpanzerungen. Ja. Das kostet. Ey, ich kann ja hier Handschuhe machen. Oh, ein fettes Schwein. Ja, die geben viel Heid. Das ist gut. So ein dickes Schwein. Oh, drei davon. Oh, drei davon. Oh, das ist der Herde. Oh, Alter. Der Tod. Da kriegt er Hunger. Da brauche ich mir ein dickes Wigwam von euch allen. Wo ist denn nun der Mörser? Ach hier. Oh, tonnenweise Steine. Oh, ein paar Schwäle. Der dritte Schweinchen. Drei kleine Schweinchen. Drei fette Schweinchen. Ah, dort ist es. Ein paar Betäubungspfeile gemacht. Ich habe hier mal ein paar Steine besorgen. Ein bisschen was auffüllen. Wo muss ich denn jetzt einfach meine Klamotten reparieren? Hm, 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 hm. Mario, wenn du nur einmal hm 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 machst, dann werde ich zum ersten Mal die Ballista ausprobieren. Ich dachte, der hört er wieder nicht. Alter, der nix. Oh, meine Sau, du. Oh, Junge, da habe ich jetzt sogar voll an. Ich freue mich zu weit. Ich glaube, ich mache mir so ein Lady Gaga-Kostüm oder so. Aus Lappen. Ich habe jetzt zweimal auf den Stein gekloppt und schon ein Level ab. Ja, da muss er. So. Alle des Todes. Dicke Brocken. Ah, warte mal. Los hat schön. Warte mal, elf Steine. Das geht wieder los. Da muss man die. Nee. Oh? Nee. Aber ja. Das war leise. Schmeckt halt nicht so gut. 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 Wett. Fantasie. Warum wächst ja eigentlich nix mehr? Bei dem Schrank hier sieht aus, als wenn wir beim Optiker wären. Oh, wächst nix mehr. Wohin ist in der Basis. Aber noch mal ein Ball. Ja, wahrscheinlich wegen dem Update da. Halloween-Kram. Oder ja, dieser Friedhof und die ganzen Kürbisse sind. Ja, ich denk, weil der hat das Gehege dahinter. Nee. Sind da noch Bäume gewachsen? Da brauchen wir keine. Noch genug Bäume rund um uns herum, Mann. Wo ist denn jetzt mein Viech? Komm hier. Fügt den Kürbis. So. Ach ja, der will üb. Niemann denn. Äh. 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 Boah, ja mal lecker. Lecker reparieren. Oder machen wir mal schön lecker ab gerade. Ja. Äh. 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 17 Punkte nur. Äh. Ist auch n Witz. Will ich n damit. Äh. Co. So, hier Bronto. Geh mal aus dem Weg. Ich muss da vorbei. Geh mal aus dem Weg. Was ist denn da? Wie ist denn da? So. Wir haben die Grafen-Ferrohr. Ja. Kaputt. Was jetzt genau? Kein Touch. Was ist denn Touch? Du hast doch den Touch zur Realität verloren. Ja, Touch. Halt. Halt. Aggraviert. Ja, gravier. Ah, Fernglas gucken, wie schön. Kann er doch schießen? So, ich geb jetzt erstmal durch mein Zielfernrohr von meiner Logging-Reifel. Ja, hätte ich auch machen können, aber fand ich so assig. Haben sie ja nix, dann ist er da. Was soll Gravel im Kopf? So, ähm... Äh... Ha... Er ist so ne schöne Hose stricken. Und noch ein Stein. Ab im Bett. Warum haust du mit ner Axt auf den Stein ein? Damit ich nicht mehr Steine krieg. Das war mit der Picke auch Steine, aber da kriegst du mehr Flint. Mit der Eisenpil kriegst du mehr Eisen. Macht total Sinn. Ja. Absolut. Mehr als dein Minecraft-Spiel. Hahaha. Der Test. Kannst ja mal sehen hier. Ich nehm jetzt mal die andere Axt-Zendung her. Ein Stein, zwei Flint. Ja, da war jetzt ein blöder Stein. Ja. Einmal mit Tau. Zwei Flint. Vier Flint. Sieben Flint. Neun Flint. Wir haben's die Küffel. Zwölf. Und ein Stein. Und dann ist auch eh alles noch 30 Sekunden entfernt. Wie weit ist es entfernt? Hä? Ja, bis ich das sehe. Ja, ja, aber der weiß hat schon mal. Boah, lecker. So, was haben wir hier? 100? Wir haben noch mal einen Pfeil für die Balista gebaut. Haben wir jetzt 5? Ja, jetzt haben wir 5. Soll ich sie rumhasen? Mal mit. Äh. Bist du ganz kaputt gegangen? Ja, das Ding kann übrigens einiges laden. Hörst du die Balista? Ja, groß genug ist das Ding, ja. Ja. Das ist ganz schön mal drin, ey. Hat heißt der Muni oder was? Ja. Die hat 24 Slots. Und jeder Slot kann ein ganzes Stack rein. Nur Muni oder auch andere Sachen? Eventuell sogar andere Sachen. Da kannst du ja, äh, Bananen damit zum Schießen oder was. Außer, hauwer. Ja, hauwer, schau. Ach, du hauwer? Ja, hauwer, hau. Ja, hauwer, Frau. Das will ich mal, Jürgen. Ravirer-Craft. Und Attachments. Oh, reicht. Nehmen wir noch 20 Kristalle. Noch 6 in Attach. Ravirer-Craft. Wir sind vor wieder da. Na? Was ist denn das Viech jetzt? Abgesoffen oder was? Stecken geblieben? Ah, hab doch schon gemerkt. Huh, 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 Huh. Da steht er mit ner Wumme hier rum. Wo rennt da Viging jetzt wieder hin? Hier ist die Tür. Blöd. Hat doch schon eine Brille auf, er findet die Tür noch nicht. Junge, Junge, Junge. Och nee. So. Nimm mal wieder. Ach, warst du weg? Ja. Das sieht die Frauen gar nicht, ne? Die labern nicht in einen zu, ey. Ne, das ist ja nicht so. Ich bin wohl gerade im Stream. Ja. Kindleifer würden sich auch zusabbeln. Ach. Der Dicke hat ja heute Geburtstag, der andere Dicke. Der andere Dicke. Ja. Bratston. Achso. Das weiß ich doch nicht. Bratston. Wo ist er denn? Keine Ahnung. Vielleicht bei seinem Vater. Boah. Hm. Hier sind noch ein paar Eisenbrocken. Ja. Sicher. Wieder nachgespawnt. Rennst du mir hinterher oder was? Ja. Ich wollte dich mal ankacken aus der Luft. Ja. Du hattest schnell das Eisen wegschnappen, bevor Marco sich das holt. Boah. Hast du glücklich. Ich muss gerade nicht. Ne voll. Ah. Dafür rennst du aber noch ziemlich schnell. Ja. Bin auch mal da satt geworden. Oh. Alter. Hast du nicht runtergeschubst bald, ey. Du Sack. Kann ja gar nicht. Drumher geflogen. Kann man nicht. Das ist kein... Dieses Phantom, Mann. Was? Ihr sicher? Irgendwie hab ich geschubst. Wieder. Echt? Ja. Das ist ja neu. Haben sie ja vorgeändert. Normalerweise kannst du immer so durchfliegen. Passt auf mit der Leiter. Weil die Leiter des Todes. Ja. Ja. Geh schon mal ein bisschen Eisen kloppen. Nix. Ja doch. Sollte mal selber Eisenfelder. Alles meins. Habe ich erschlossen. Ja, nicht. Wo ist denn die Axte überhaupt? Fünf. Tristane sind aber auch sau schwer, aber ich wünsche. Aber ein Schrank für Kristalle wahrscheinlich. Da wo halt die Tien auch drin ist, ne? Ja. Wir haben noch nicht so, äh. Ja. Kannst du da reinpacken, Marco. Aber am eigenen wenn er reinkommt ist, direkt links ist der Schrank. der müsste eigentlich leer sein. Da war eigentlich Charcoal drin, die habe ich aber umgepackt. Da ist noch ein Brocken. Ganz versteckt. Ja, und wie viel Gewicht kann ich denn noch, ey? Ja, so ein paar Böcks, das geht noch. Brocken. Wo ist denn hier noch was? Das hier? Müll. Was ist Müll? Na nun? Da ist noch ein Brocken. Gibt es jetzt mittlerweile eigentlich standardmäßig schon Tranquilizer Ammunition? Na ahnung. Für die Flinte? War eine Frage. Gab doch irgendwie sowas neu beigekommen, das meine ich. Könnte man diesen riesen Flieger ja mit einem Gewehr vom Himmel holen. Der Brocken, der schießt nicht so hoch. Da musst du schon Glück haben, dass du oben am Berg stehst und der kommt tief drüber her. Schießt dann die Armbrust und weiter. Ordentlich Moni, ey. Wart. Die Flieger brauchten ja auch nicht so viel. Der ist aber schon ein bisschen kleiner. So viel größer ist der jetzt auch nicht. Boah, da kommt wieder voll die Nebelwand reingerollt. Der ist leider zu klein implementiert, genauso wie der Megalodon. Boah, Mario mach mal doch wieder so hier, dass man die Sounds nicht hört. Weil da bist du wahnsinnig von. Ok. Ja, muss mich auch ein bisschen schneller bewegen. So, besser. Ja, super. Eingemacht. Da komm ich ja. Klimt down. Klimt down. Klimt down. Klimt down. Steffen. Da muss ich runter krabbeln. Na, endlich. Knirsch. Cool. Ja. 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 Schön oben auf der Felsspitze mit dem. Flieger sitzen und herunter starren. So. Hab das 78 eisenstückchen reingepackt im. Wenig. Hol. Ja, da war ich voll. Mehr konnte hin tragen. Du hab es grad head on head mit dem Militang aufgenommen. ohne abzuhauen also pull-on, hab's gewonnen das ist schön so und ich glaube ich beende den stream auch mal